Sie hören Der Exorzist von Fenton Geschrieben von G.S. Forster Gelesen von Christopher Meyer Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin Die Fenton-Chroniken Was bisher geschah In Die Hexen von Fenton, dem ersten Band der Fenton-Chroniken, verschlug es den Bauunternehmer Fox Stryker mit seiner zwölfjährigen Tochter Trixie in das verlassene Fischerdorf Fenton an der Küste Südenglands. Ein gewaltiger Sturm zwang sie, Zuflucht in den Ruinen zu suchen und damit eine Welt voll finsterer Mächte zu betreten. Der Sturm brachte sie ans Ende des 17. Jahrhunderts, in eine Zeit, in der Fenton noch bevölkert war. Doch ein dunkler Schatten lag auf dem Dorf und seinen Bewohnern. Ein Jahr zuvor war Fenton von einer leibhaftigen Hexe heimgesucht worden, die die meisten Männer in einem schrecklichen Blutrausch getötet hatte und seitdem dafür Sorge trug, dass kein Außenstehender das Dorf fand oder betrat. Während Fox schwerlich die unfreiwillige Reise in die Vergangenheit akzeptieren konnte und verzweifelt einen Weg nach Hause suchte, geriet seine Tochter unter den Einfluss einiger Bewohnerinnen. Die Dorfvorsteherin Willow, die seit dem Angriff der Hexe in Fenton das Sagen hatte und mit harter Hand regierte, wollte Trixie nicht wieder gehen lassen. Sie beauftragte auch ihre Tochter Phoebe damit, Fox zu verführen und ihn für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Willow wusste jedoch nicht, dass sich die junge Phoebe in Fenton wie in einem Gefängnis fühlte und sich danach sehnte, ihre Heimat zu verlassen. Um endlich die ihr bisher unbekannte Welt jenseits des Dorfes kennenzulernen, schlug sich Phoebe auf die Seite von Fox und Trixie. Bei dem gemeinsamen Versuch zu fliehen, stellte sich ihnen die Hexe in den Weg und gab sich als Willow zu erkennen. Sie steckte hinter all den Grausamkeiten, die sich im Dorf abgespielt hatten. Als eine von der Kirche zu Unrecht der Hexerei bezichtigte Frau hatte sie Jahre zuvor auf dem Scheiterhaufen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und ihm ihre Seele vermacht. In ihrem Wahn, Fox, Trixie und Phoebe aufzuhalten, war Willow sogar bereit, ihre eigene Tochter zu töten. In einem Kampf auf Leben und Tod gelang es Fox, Willow nach ihrer erneuten Verwandlung zur Hexe zu verbrennen und sie somit endgültig zu töten. Damit war jedoch auch Fenton dem Untergang geweiht. Das Dorf verschwand in einem feurigen Inferno, das Fox, Trixie und Phoebe als einzige überlebten. So war es ihnen zwar gelungen, die Hexe zu töten, aber ihren Bann hatten sie nicht gebrochen. Statt nach Hause zu gelangen, wurden sie durch Willows Tod tiefer in die Wirren von Zeit und Raum geschleudert. Nun findet sich das Trio im Mai 1940 wieder, inmitten des Zweiten Weltkriegs. Prolog Aus dem Tagebuch des britischen Kriegsberichterstatters William Rhyne, gefallen in der Schlacht um Dünkirchen am 4. Juni 1940, bestattet auf dem Soldatenfriedhof Cimetière de Dünkirque-Sentre. 9. September 1939 Wenige Stunden, nachdem unser Korps den Hafen von Southampton verlassen hatte, erreichten wir die Küste Frankreichs. Wegen der Gefahr deutscher U-Boote mieden wir die Häfen entlang des Kanals und schifften in Cherborough aus. Es erfüllt mich mit Stolz, mit nur 21 Jahren als Mitglied der British Expeditionary Force meinen Teil dazu beizutragen, Hitlers Pläne zu vereiteln und einen Krieg in Europa zu verhindern. 21. Oktober 1939 Über 150.000 Soldaten haben aus Großbritannien nach Frankreich übergesetzt. Doch nur die wenigsten davon, mich eingeschlossen, haben bisher einen Schuss abgefeuert oder einem Deutschen gegenübergestanden. Der von einigen Kameraden hinter vorgehaltener Hand als Sitzkrieg bezeichnete Zustand entlang der Westfront ist ebenso treffend wie ermüdend. Statt Hitler und seinen Schergen Einhalt zu gebieten, tun wir es den Franzosen gleich und lauern tatenlos hinter der Maginot-Linie. Worauf zur Hölle warten wir denn? Dass die deutschen Panzer direkt vor unserer Nase auftauchen? 10. Mai 1940 Das Ausharren und tatenlose Warten sind vorbei, denn das endgültige Ende des Friedens in der westlichen Welt beginnt mit dem heutigen Tag. Die Wehrmacht hat in den frühen Morgenstunden die Grenzen von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden überschritten. Dass Hitler nicht einmal neutrale Länder heilig sind, zeigt deutlich, wie skrupellos er vorgehen wird. 12. Mai 1940 Die deutschen Panzer rollen ohne Unterlass, die Visionen rücken Meile um Meile vor und Fallschirmjäger haben binnen weniger Stunden die wichtigsten Brücken besetzt. Der Sichelschnitt scheint der Wehrmacht tatsächlich zu gelingen. Jahrelang haben sich die Franzosen stolz hinter ihrer Maginot-Linie versteckt, nur um jetzt festzustellen, dass man diese über das bewaldete Hochland der Ardennen unbemerkt umfahren kann. Unsere Luftraumüberwachung hat die feindlichen Panzer zwischen den Bäumen und auf den Gebirgsstraßen entdeckt, aber die Warnung aus der Luft kam zu spät für uns und zu spät für Frankreich. Wir sind verloren. 15. Mai 1940 Die Festung Holland ist endgültig gefallen. Nach Gefechten in Den Haag und am Gräbeberg sowie nach der Bombardierung Rotterdams haben die niederländischen Streitkräfte heute kapituliert. Und wieder frage ich mich, wo waren wir? 16. Mai 1940 Frankreich versinkt im Chaos. In ihrem Glauben an die Unüberwindbarkeit der Maginot-Linie erschüttert, fliehen Millionen Franzosen vor den Deutschen in Richtung Süden. Die Panik und Todesangst der Zivilisten machen auch vor den Truppen nicht Halt. Unser Siegeswille, falls so etwas bisher existiert hat, schwindet mit jeder Stunde, die wir durch Frankreich marschieren. Haben wir monatelang großmäulig auf Gefechte mit den Deutschen gewartet und uns darauf gefreut, verspürt nach den Berichten von der Front kaum noch ein britischer Soldat Kampfeslust. 19. Mai 1940 Wir sind machtlos gegen den rasanten deutschen Vorstoß. Blitzkrieg nennen die Krauts dieser Art des Gefechts. Eine passendere Beschreibung kann ich mir kaum vorstellen. Man hört Gerüchte, laut denen der neue Premierminister Churchill eine Evakuierung erweckt. Zugegeben, bisher waren wir unseren alliierten Freunden in Skandinavien und Westeuropa keine große Hilfe. Aber wenn wir gehen, wer steht da noch zwischen Hitler und dem Rest der Welt? Die Amerikaner? Ha, die sind zu weit weg und lassen uns Europäer unser eigenes kriegerisches Süppchen kochen. 20. Mai 1940 Sind heute den ganzen Tag marschiert. Geflohen trifft es er. Keine Kraft, um viel zu schreiben. Eine Meldung macht unter den Kameraden die Runde und löscht den letzten Funken Hoffnung, der uns bisher angetrieben hat. Nach gerade einmal zehn Tagen haben die Nazis Frankreich durchquert und den Ärmelkanal erreicht. 22. Mai 1940 Statt den Alliierten zu helfen, kämpfen wir jetzt um unser eigenes Überleben. Das ganze Land, was sage ich, ganz Westeuropa, ist auf der Flucht vor einem Feind, den offensichtlich nichts und niemand aufhalten kann. Eigentlich sollte unser Chor aus Calais evakuiert werden, da dieser Hafen direkt gegenüber von Dover liegt. Aber die Deutschen waren wieder einmal schneller und haben die Stadt lange vor uns eingenommen. Hold Calais to the end Was für ein Irrsinn! 22. Mai 1940 Heute Nachmittag eiliger Rückzug nach Dünkirchen. Nach dem Fall von Calais gibt es hier den einzig verbliebenen Hafen am Kanal, um uns nach Hause zu holen. Angeblich sind wir in der Hafenstadt sicher. Churchills neue Kriegsregierung soll einen neuen Gegenschlag planen. Wer's glaubt. Seit dem Überfall der Nazis auf Polen und Norwegen haben sich die Alliierten immer nur verteidigt, statt einmal in die Offensive zu gehen. Wieso sollte sich das jetzt ändern, da wir mit dem Rücken zur Wand stehen? 23. Mai 1940 Die Stunden vergehen schleppend. Wir sitzen im nassen Sand am Strand oder in den Eingängen verlassener Häuser am Hafen und warten. Ja, auf was? Erlösung? Rettung? Neu aufflammende Hoffnung, diesen Krieg doch noch gewinnen zu können? Ich weiß es nicht. Und 400.000 weitere Soldaten wissen es ebenso wenig. 23. Mai 1940 Die Bedrohung der Wehrmacht jenseits der Stadtgrenzen ist vom Strand aus unsichtbar, aber stets allgegenwärtig. Immer mehr britische und französische Soldaten strömen in die Stadt. Zwischen Ärmelkanal und Nazis eingekesselt, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller und warten darauf, dass uns die Deutschen endgültig zum Teufel jagen. 24. Mai 1940 Offenbar sind die Gerüchte wahr. Die deutschen Truppen haben gestoppt. Hitlers plötzlicher Haltebefehl hält die Panzer der Wehrmacht sechs Meilen von den Kirchen entfernt und verschafft uns wertvolle Zeit.